Und da bin ich wieder, weiter geht's mit Tomb Raider, Curse of Gold, in dem letzten Level, Deeper in the Passages, Richtung Goldene Stadt, immer weiter, immer weiter, und ich bin wirklich sehr gespannt darauf. Aber jetzt müssen wir erstmal hier ein paar Fallen überwältigen, so ein paar Indiana Jones Fallen, würde ich die jetzt mal nennen. Da sind auch schon ein paar Leute dran gestorben, nach dem Blut zu urteilen zumindest. Und ich glaube, das wird jetzt hier kritisch, weil wir nicht so gut zurückgehen können, oder? Doch, geht. Am besten dann springen, wenn die zu sind, da haben wir genug Zeit, und hier haben wir eine Kugel zum Schieben. Dann machen wir das doch mal, dann können wir die bestimmt da runterkicken. Ja, und da können wir auch ohne Probleme, glaube ich, darunter rutschen, weil wir haben ja die Spieße ausgelöst. Aha. Und dadurch kommen wir nämlich jetzt in den Kriechsschacht hier rein. Jawohl. Und der bringt uns hier hoch. Aha. Ist das wieder eine Tür, oder ist das keine Tür? Ne, das ist eine Wand, die einfach nur... ...schön verziert ist. Mehr ist es nicht. Und dann können wir nämlich die Kugel auch noch... ...runterschieben. Das ist aber immer noch nicht die vom Anfang, die wir gesehen haben. Die machen wir wahrscheinlich dann als letztes, weil jetzt können wir nämlich den Schalter drücken. Und der lässt dann bestimmt die andere runterputzen noch. Ah. Das ist auch gut, dann kommen wir nämlich da hoch. Das ist ja so, nur wieder zurückkommen. Das ist jetzt die nächste Frage. Wie kommen wir da jetzt am besten wieder zurück? Ich meine, hin ist immer die eine Sache, aber zurück. Ah, ich hab's verstanden. Und zwar können wir... ...jetzt, äh, danke für die musikalische Einlage... ...den noch ziehen, weil wir dadurch ja jetzt, ähm... ...keinen Schaden mehr bekommen. Lösen damit das aus und dürften dann zurückspringen können. Auch hier drüber sogar. Oder kann man die Kugel sogar noch rollen? Geht das noch? Ja. Oder? Nee, das macht sie tatsächlich nicht. Und da sind wir dran gestorben. Hm. Aber vielleicht können wir einfach über die Kugel drüber springen. Aber, ja, können wir. Wir dürfen halt nur ein Feld weiter hinten landen. Und dabei nicht verbrennen. Das ist die nächste Sache. Aber dann könnte das gehen. Ja, seht ihr, geht doch. Und dann können wir hier drüber ganz bequem zurück. Jawohl, dann haben wir das doch hier erledigt. Mit Erfolg. Gemeistert. Können hier wieder raus. In den Hauptkomplex dieses Levels wahrscheinlich, weil ich glaube, das ganze Level wird dann noch ein bisschen goldiger. So, wie das ein Zuschauer so schön gesagt hat, wie das ein Zuschauer so schön gesagt hat. Vergoldet goldiger golden. Wertvoll. Ja. Okay. Ich bin echt gespannt, was die goldene Stadt so mit sich bringt. Und, ob sich das ganze Prozedere überhaupt gelohnt hat. 100, über 150 Folgen waren das doch, oder was? Wie viele haben wir jetzt? Ich muss mal grad gucken. Wir haben bei Quest of Gold 161 Folgen. Haben wir hier jetzt vielleicht auch 10 oder so? Dann, also wir hätten mal so, jetzt mal so überschlagen, so circa zwischen 170 und 180 Folgen. Für diese goldene Stadt gemacht, ne? Also muss diese Stadt auch wirklich... Da hab ich jetzt Erwartungen dran, TC14. Also, ich hoffe wirklich, dass du dir da was Gutes ausgedacht hast. Wenn das 180 Folgen sind, ah, eine Viertelstunde. 180 durch 4 sind... Oh Gott, ich und Mathe geht gar nicht. 120. 100... Oh Gott. 180 durch 4. Wozu hat man denn Taschenrechner? 180 durch 4. Oder sagen wir mal... Das sind ja am Ende sind es vielleicht wirklich 180 Folgen. Ich weiß es nicht. Wie lange das Level jetzt hier auch noch geht. Machen wir mal großzügig 180 durch 4. Das sind 45 Stunden. Und da sind nicht mal die Fehlversuche dabei. Doch sind sie. 45 Stunden. 24 sind... Ein Tag. Also sagen wir mal fast 2 Tage durchgängig... Gespielt, um an die goldene Stadt zu kommen. Also TC14. Die Erwartung... Die Latte ist... Sehr weit oben. Zieh dich warm an, mein Lieber. Ich erwarte hier einiges. Ne, Quatsch. Ich finde es schön, dass es diesen Zusatz noch gibt. Und dass es einfach noch einen Grund hat, warum Lara die überhaupt gesucht hat. Die Dinger, die dann wirklich den Eintritt in die goldene Stadt gewähren. Es gibt einfach nochmal so einen runden Abschluss. Und allein dafür und für das ganze Spiel sind wir TC14 ja wirklich schon... Wirklich extrem zu Dank verpflichtet, dass der das überhaupt alles hier auf sich genommen hat. Und gemacht hat für uns. Weil das Spiel hat sich wirklich gelohnt. Und das war toll, das zu spielen. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Und muss wirklich TC14 dafür für dieses lange, abwechslungsreiche und schöne Spiel wirklich loben. Und Danke sagen. So, jetzt sind wir einen Punkt höher in dem Level. Und jetzt kriegt mein PC Schwierigkeiten, das Ganze umzusetzen. Aber ich denke mal, wenn wir die Stelle verlassen, geht das wieder. Ah, ja. Wo können wir von hier aus jetzt hin? Oder haben wir irgendwo einen Hebel, den wir von hier aus drücken können? So an der Seite oder so? Wir suchen das Ding... Nein, nicht laden, speichern will ich. Und irgendwie habe ich... Ach doch, die Zeit, die stoppt noch. Weil das ist gerade irgendwie weg gewesen. Ich dachte, ich habe die Zeit nicht gestoppt. Aber nee, hier ist nichts dran an Hebel. Das heißt, wir müssen von hier oben wirklich irgendwo... ...hin springen. Aber... Ich wüsste jetzt gerade auf Anhieb nicht wohin. Aber ich glaube, das werden wir sehen. Ich mache mal kurz eine Aufnahmepause. Ach, das geht ja nicht, gell? Und so schnell hat man die Aufnahme beendet, ohne sie beendet haben zu wollen. Na ja. So ist das. Da habe ich doch neben der Pausentaste meine Aufnahmetaste erwischt und schon ist die Folge weg. Beziehungsweise beendet. Aber dann schneide ich die zusammen und dann passt das wieder. Okay, wir haben hier was übersehen. Und zwar bin ich jetzt nicht weitergekommen. Ich habe das mal probiert, da oben noch irgendwo hinzuspringen. Das ging gar nicht. Aber ich habe gerade festgestellt, dass man diese... ...Dinger hier, glaube ich, verschieben kann. Ja, kann man. Und das sollten wir auf jeden Fall auch tun, weil sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Und zwar so, dass wir von diesem... ...Punkt da auch immer überall hinspringen können. Den können wir ja gerade auch schon mal verziehen. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal den anderen. Aber wir nehmen den gerade schon mal. Und ich habe was gesehen, was wir auch noch übersehen haben. Das will ich sofort natürlich noch nachholen. Ganz wichtig, das geht ja gar nicht. Ist zwar kein Geheimnis, aber immerhin ein großes Medipack, was ich übersehen habe. Und das geht natürlich überhaupt gar nicht. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die andere Seite und schieben den... ...das ist ganz wichtig, diesen Block... ...mal, ähm, welche Richtung? In diese Richtung hier. Aber das geht gar nicht. Sehe ich gerade. Muss aber gehen. Weil sonst kommen wir nämlich da nicht rüber. Das ist natürlich nur der Fuß von diesem Skelett hier im Weg. Und deswegen macht sie das nicht. Aber vielleicht können wir den ja wegziehen. Vielleicht geht das ja. Also so, in manchen Spielen macht sie das ja, dass sie bei den Skeletten das wegzieht. Sieht, aber hier nicht. Okay, dann halt nett. Meine Güte. Aber dann muss es wenigstens ziehen gehen, weil wir müssen den Block hier rauskriegen. Weil dann kommen wir nämlich von da drüben... ...da dran. Und zwar müssen wir den hier vorschieben. Dahin. Oder hier hin. Das ist ziemlich egal. Und hier ist... Ah, da müssen wir später, glaube ich, was einsetzen. Okay. Aber bevor wir das jetzt alles tun, möchte ich jetzt mal gerade das noch nachholen, was ich vorhin verpennt habe. Und zwar... Hier oben drin, wo die Kugel drin war, hat sich ein großes Medipack versteckt. Da haben wir gar nicht mehr nachgeschaut. Das nehmen wir natürlich noch schnell mit. Das lassen wir natürlich nicht einfach da liegen. Das geht ja gar nicht, ne? Oh! Und das geht natürlich auch gar nicht. Das hat keiner gesehen. Und ich habe im Unterbewusstsein zum Glück wieder gespeichert. Was dazu führt, dass wir das nicht neu machen müssen. Also unterbewusstes Speichern ist doch ganz gut. In manchen Situationen. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir diesen Block nicht verschieben können, weil wir das unbedingt brauchen. Wir müssen zwingend das verschieben. Sonst kommen wir nämlich hier nicht weiter. Und das weiß ich gerade nicht, wie ich das machen soll. Doch, jetzt hat's Sinn. Aber... Sie schiebt ihn nicht. Nee, sie macht es nicht. Das ist ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Aber vielleicht müssen wir auch erst... ...auf den anderen Block da drüben springen. Aber nee, nee. Das war das hier. Da bin ich mir sehr sicher. Können wir das Skelett vielleicht irgendwie kaputt schießen? Geht das irgendwie? Ja. Ich bezweifle es stark. Es blutet zwar, aber mehr auch nicht. Nee, das bringt gar nichts. Ja, doof. Wir müssen das auf jeden Fall... Aber vielleicht können wir das hier zerschießen. Nee. Ziehen. Ah, den kann man verschieben. Aber so noch nicht, weil nämlich... ...da die Spieße noch im Weg sind. Aber den müssen wir auf jeden Fall verschieben. Aber das macht sie jetzt nicht, weil die Spieße im Weg sind. Äh, doch. Sie macht es. Aber sie wird dabei sterben. Das weiß ich jetzt schon. Ja. Das war ja klar. Ja, das heißt, wir haben hier ein bisschen Probleme gerade. Und ohne das Skelett hier wegzubekommen, kriegen wir auch den Block nicht dahin geschoben. Das heißt, wir müssen das jetzt dringend ändern. Aber wie? Dann versuchen wir halt doch erstmal über den anderen Block zu kommen. Weil... ...die Richtung funktioniert es ja noch nicht. Aber auch der dürfte hier viel zu weit weg sein. Wir schieben den jetzt nochmal ein Stück nach vorne. Damit wir überhaupt irgendwie eine Chance haben, da überhaupt ranzukommen. Vielleicht kommen wir da drüber ja schon mal weiter. Probieren wir das doch erstmal. Weil das andere... ...es ist mir gerade irgendwie... ...zu ausweglos. Beziehungsweise gar nicht machbar. Weil das Skelett den Weg versperrt. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ging es nochmal hier... ...da genau. Da ging es hoch. Dann springen wir da nochmal hin. Glettern die toten Köpfe nach oben. Und versuchen wir uns einfach mal in diesem Sprung... ...mal gucken, ob es klappt. Mehr als Schief gehen kann es ja nicht. Nur dann wüsste ich halt nicht so wirklich, was wir tun sollen. Aber dafür gibt es ja das Internet mit einem Lösungsvideo. Und dann kriegt man das allemal hin. Wo ist es denn jetzt hier, die Stelle? Da! Da ist es doch. Genau, da kommen wir jetzt auf jeden Fall dran. Das müsste machbar sein. Und vielleicht können wir von da drinnen da schon mal was verändern. Das ist doch schon mal ein Anfang. So. Und zack. Seht ihr, das klappt doch schon mal. Hier haben wir einen Hebel. Den ziehen wir aber dann in der nächsten Folge. Ich werde die zwei Folgen von eben zusammenschneiden. Und dann habe ich eine ganze. Und dann sehen wir uns hier in diesem wunderschönen Raum in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.